In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Schnittgerade zwischen alle Ebenen eines Shars bestimmen und nachweisen kann. Bevor wir uns das Ganze anhand eines Beispiels anschauen werden, will ich euch kurz die wichtigsten Lagebeziehungen zeigen, die die Ebenen eines Shars zueinander haben können. Ich habe hier drei Ebenen eines Shars dargestellt und ich glaube, es ist ganz gut erkennbar, dass sie sich in einer Geraden schneiden. So, wie kann man das zum Beispiel anhand der Ebenengleichung erkennen? Naja, wenn wir eine Ebenenkoordinatenform haben, dann sind die Parameter in diesem Fall nur auf der linken Seite bei dem Normalvektor zu finden. Das ist auf jeden Fall ein klarer Hinweis, dass es eine Schnittgerade gibt. Alternativ können die Ebenen parallel zueinander sein und auch das ist anhand der Gleichung sehr leicht erkennbar. Auf der linken Seite sehen wir den gleichen Normalvektor und auf der rechten Seite befindet sich dann und nur dort der Parameter. Und das bedeutet, dass alle Ebenen des Shars zueinander parallel sind. Das sind natürlich wichtige Informationen, wie man direkt anhand einer Ebenengleichung erkennen kann, welche Lagebeziehungen die Ebenen haben. Allerdings werden wir uns in diesem Tutorial nur auf dem ersten Fall mit dem Schnittgeraden konzentrieren. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Gegeben ist die Ebenenschar EA. Zeige, dass es eine Gerade G gibt, die in allen Ebenen EA liegt. Bestimme eine Gleichung von G. Wenn das zu schnell ging, bitte auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Wie bei vielen anderen Themen der Mathematik gibt es auch hier verschiedene Lösungswege. Ich werde meiner Meinung nach den einfachsten jetzt wählen und dafür machen wir uns das Leben so richtig leicht. Das heißt, aus diesem ganzen Schar wählen wir nur zwei Ebenen raus. Für zwei verschiedene Parameterwerte, zum Beispiel für A1 und A2, werden wir jetzt einfach die Schnittgerade für diese zwei Ebenen ausrechnen. Das halte ich jetzt auch so fest. Zwei verschiedene Ebenen aus diesem Schar auswählen und die Schnittgerade bestimmen. Als erstes wähle ich dann für A eine 1. Dann lautet die Ebene E1 wie folgt. Also E1 ist dann 1x1 plus 2x2 plus x3 sind dann minus 2. Und für A wähle ich als nächstes 2. Das ist auch eine einfache Zahl. Dann habe ich überall für A eine 2 eingesetzt und die Gleichung lautet 2x1 plus 4x2 plus x3 sind ebenfalls minus 2. Gut. Um einen Schnittgerade zu bekommen, müssen wir jetzt eine dieser x-er durch Additionsverfahren eliminieren. Ich entscheide mich jetzt für x3. Aus diesem Grund nehme ich die erste Zeile mal minus 1 und addiere sie mit der zweiten Zeile. Das heißt, ich habe oben der ersten Zeile überall ein gedrehte Vorzeichen. Minus x1 plus 2x1 sind dann einfach x1. Dann oben minus 2x2 plus 4x2 sind dann plus 2x2. Minus x3 plus x3 fällt weg, ist 0. Und plus 2 minus 2 ist ebenfalls 0. Gut. Das Einzige, was wir hier noch an der Stelle haben, ist diese Gleichung. Und um die Schnittgerade rauszubekommen, müssen wir jetzt einen Parameter einfügen. Das heißt, für x1 oder für x2 wähle ich einen Parameter t. Diesmal entscheide ich mich für x2 und sage x2 ist gleich t. t Element von R, so deckt man einen Parameter. Und ab jetzt zählt dieser x2 gleich t als bekannte Lösung. Und wir setzen es in die Gleichung ein und bestimmen x1. Das heißt, wir haben dann x1 plus 2t sind gleich 0. Wir rechnen dann minus 2t. Und woraus folgt, x1 ist gleich minus 2t. Also, an dieser Stelle haben wir jetzt schon zwei Lösungen. Was wir noch brauchen ist x3. Und dafür setzen wir diese Werte in die erste Zeile beispielsweise. Habe ich statt x1, habe ich minus 2t. Dann kommt plus 2x2, also plus 2 mal t. Plus x3 sind dann minus 2. Minus 2t plus 2t kürzen sich. Setzen wir mal was raus. Und dann haben wir nur noch x3 ist gleich minus 2. Was unsere letzte Lösung ist. Jetzt müssen wir diese Lösung nur noch sauber untereinander schreiben. Und dann haben wir schon die Schnittgerade. Also, x1 war minus 2t. x2 entsprechend t. Und x3 war minus 2. Was ihr hier vor den Augen sieht, ist eine zerlegte Geradengleichung, die wir wieder zusammensetzen müssen. Wir füllen ein paar Lücken auf. Wo nicht stehen, kommen natürlich immer 0 rein. Hier vor dem t steht eine unsichtbare 1. Und hier wieder eine 0. Und ich glaube, bei spätestens jetzt sind Stütz- und Richtungsvektoren der Geraden gut erkennbar. Also, wir fassen zusammen und sagen, Vektor x ist gleich. Der Stützvektor lautet 0, 0, minus 2. plus t mal und der Richtungsvektor auch gut erkennbar, minus 2, 1 und 0. Das ist dann die Schnittgerade. Allerdings sind wir noch nicht fertig. Wir haben jetzt nur die Schnittgerade für zwei Ebenen bestimmt. Wir müssen jetzt noch zeigen, dass diese Gerade in alle Ebenen liegt. Aus diesem Grund müssen wir noch die gegenseitige Lage von g und ea überprüfen. Das bedeutet, wir nehmen die Lösung für x1, x2 und x3 von hier oben, die, die ich unterstrichen habe, und setzen sie in unsere Ebene ea für x1, x2 und x3 ein. Das Ganze sieht dann so aus, in Abhängigkeit von a natürlich. Wir haben dann a mal statt x1, nämlich einfach minus 2t, plus 2a und statt x2, nämlich t, plus bzw. minus 2, das ist ja unser x3, ist gleich minus 2. Jetzt fassen wir zusammen. Hier vorne haben wir dann minus 2at, plus 2at, minus 2 ist gleich minus 2. Und hier vorne minus 2at, plus 2at kürzen sich weg. Deshalb bleibt am Ende minus 2 gleich minus 2. Das ist eine wahre Aussage und für uns gleichzeitig der Beweis, dass g in allen Ebenen ea liegt. Also das ist dann die Schnittgerade für alle Ebenen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits gemerkt, man muss einige Grundlagen beherrschen, um so eine Rechnung durchführen zu können. Zu dem wichtigsten gehören dann die gegenseitige Lage von 2 Ebenen bzw. von geraden und Ebenen. Alternativ gibt es auch Aufgaben, wo Ebenen der Schar zueinander orthogonal oder parallel sein könnten oder wo es um die gegenseitige Lage von Ebenen und geraden Scharen geht. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Aproposantik Vielen Dank.